Wie heißt du? Ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne momentan in Hamburg und studiere gerade Musik. Gesang und Klavier. Okay. Und für wie lange machst du Musik? Seit ich zwei Jahre alt bin. Oh, zwei? Was hast du denn mit zwei gemacht? Klavier gespielt? Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff mit meinen Eltern auf Urlaub. Und dann habe ich die Bühne gesehen und habe mich total verliebt. Alle haben getanzt und gesungen. Und ich habe dann gesagt, nee, ich muss das auch machen. Und bin dann einfach hochgelaufen und habe gesagt, hallo, ich möchte auch singen. Und dann habe ich alle meine Entchen gesungen. Was singst du für uns heute? Ich singe Stone Cold von Demi Lovato. Okay. Demi Lovato, das wollen auch alle singen, ne? Ja, das ist richtig hart zu singen. Ich versuch's auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Danke. Du magst das. 100g 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 Stone Cold, Stone Cold Maybe if I don't cry I won't feel anymore Stone Cold, Baby God knows I try to feel happy for you Know that I am Even if I can't understand I'll take the pain Give me the truth Me and my heart We'll make it through It's happy as hell I'm happy with you Get the I Am to die Bis zum nächsten Mal.